Anerkennung und Liebe Liebe kannst du von Entweder Rezi oder Rebels, eins von beiden Hier lief es vorhin, gewohnt man kann es gut Aber Ranked spiele ich ganz gerne mit Teams Da kommt jemand mit, da kommt jemand mit, so ein Team ist auf jeden Fall mit dabei Ich bin auf jeden Fall jetzt Platin 1 Und ich versuche noch auf Diamond zu kommen Diamond in the sky Keine Waffe hier gewinnt Lass uns für den Spiel Das ist aber nicht schwer Hat er gedacht, ich hätte keine Waffe An den Booten ist auch noch einer Hier Ich habe nur eine Pistole, die kann gegen den nichts machen Klar Zweiter noch Und da ist mir empfiehiert Der dritte kommt Der ist schon hier am Pistole, die schädigt schon Der ist schon hier am Pistole, die schädigt schon Ein Wasser ist einer Der kommt Hilfe vertragen Das sind zwei Das sind zwei Die schmacken Die schmacken Die schmacken Ha-ha-ha-ha Mobbing in seiner Natura Ich mache mal eine Runde Hui Ich kann nichts führen, ich folge der Gruppe. Ich war ja hier noch gar nicht. Das hat Valaria nicht gesehen. Nee so. Ich guck keine Kindersöhne. Der ganze Film war rotz, aber das Mund, das war geil. Du stehst doch noch viel. Du brauchst eine Hilfe eng? Super. Hier sind Pilze zum Futter. So schön. Aber auf wen denn? Hast du etwa Gegner? Oh. Hier liegt noch eine Pizza und ein kleiner Blut. Oh, die Waffenkammer hier ist noch komplett voll. Oh. 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 Oh, dear. Oh, ihr seid précis? Hallo. Das sind viermalen Nachfragen müssen innoviert. Team sind meine하기alle. Ich bin der Einzige, der läuft. Wo bist du? Hä? Warum bist du denn nicht bei Stevie eingestiegen? Keine Ahnung. Das ist so fast, so furious. Ach, da ist er doch. Ich bin Paul Walker. Hä, du hast das gleiche nicht? Ach, du hast das Auto, was da ist. Wo wollt ihr denn jetzt hin, Jungs? Keine Ahnung. Zum Loot Rob, oder wie? Wieder zurück nach Hizzi? Wie? Wie bremst du eigentlich? Wenn du da steigst. Guck, guck! Yeah! Tuning treffen! Mh, Fall Walk-Up-Seil! Guck mal, ich hab gerade einen Auto! Mein Gott, was macht die denn da? Hey, da war ich gerade! Boah! Wollen wir zur Insel? Ja, wir können gleich zur Insel auf jeden Fall. Das heißt gleich. Gleich vom Gegner, wir kriegen voll die Headshots. Ich bin zum Glück in meinem krassen Auto. Voll getunt und so. Äh, das ist meins! Nein! Da steht nicht dein Name drauf. Ja, das sehe ich auch so. Äh... Der hat nur noch 64. Der hat 52. Der hat nur noch 64. Der hat 52. Der hat nur noch 65. Was machst du da? Oh Gott! Wo? Hier? Geht mal hier. Hier. Okay, du hast recht. Ja, ja, ja. Das bleibt da noch? Ja, die hat schon gerade kassiert. Die ist weiß. Die ist Nock. Fotze! Scheiße! Da kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Waffen nachladen, Jungs! Ey! Fuck! Auf dem Dach! Hier, hier, hier! Ach, entschuldigung. Wir hatten da nicht zu. Danke, Justin. Die anderen kommen jetzt. Die anderen kommen jetzt. Die sind zwei Teams. Ah! 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 Willkommen, ey! kleine Fatze! Justin! Bleib, 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 bleib! Komm, lieber hier! Wir machen das jetzt! Sind noch zwei auf dem Berg? Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ja. Ich bin down. Hol mich schnell! Hol mich schnell! Ich hab auch noch viel dabei, ne? Da ist hier, hier ist viel. Ja, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch. Achtung, die sind hier, da sind noch zwei nur. So, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ja, bin wieder down. Da hinten kommt noch einer hinterm Ügel. Haben die... Mach was jetzt, Max? 2. 2. Oho. Ja, egal, egal. 2 Meter schnell die Karte, denn äh... Hab's doch gesehen. Ja, 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 ja. Gut, ich brauch was zum Heilen. Nee, 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 nee. Bei dir, bei dir. Nee. Ich guck, dass ich in die Zone komm. Äh, ich wohne dich mit. Danke. Gut. Was ein Stress, ne? Das ist richtig. Du hast Partner hier im Bild, das macht unser dich. Komm, 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 komm. Wir müssen uns jetzt Gas geben, das ist richtig. Hast du ein Movement? Vielleicht mach ich nicht. Ich hab gar nichts in dem Netzwerk wieder bauen. Ja, ich bin da und ich bin wieder tot. Ich kann es vergessen. Ja, ich bin direkt im Bureau. Phew. Wieder mit den Schwimmbreiten, naja. Ich bin ja schon. Ich bin immer sicher. Ja, ich bin nicht mehr im Sommer. Du LifeCity zurück, ich hab's den. Nee, ist ja, leider, ich hab's den. Das war's gut. Dann gib mir damals drastischisch. ich sehe in den Weltkrieg ich möchte nicht weiter ich komme nicht weiter ich kann auch weg mich schießt mich so dieser Bauch hat er dritter Platz ja komm tschi tschi guck mal durch was wir uns jetzt durchgekämpft haben am Ende noch und das war das war ein Battle das ist aber ein guter 10, 5 und dann so gehen wir runter ok ist das jetzt ein RANDOM oder jemand RANDOM ok da kommt auf jeden Fall mit Trier mit wenn ich du wäre ja würde ich Saskia eine Socke ins Gesicht schmeißen wie gut dass ich gerade nicht an meine Socken rankomme willst du in die nächste Runde mitspielen? wir sind gerade in eine Runde rein deswegen will ich auch gerade ein Discord bekommen sonst wäre euch gerade ein Eingriffsgebung gewesen was ist? wie mir frisst du? verfickt ist das Schilder auf? ist das mit morgen für mich aufgegessen? bis ich aufgestanden bin? kriegst du viele Tage lang keine DAS Schilder aber was geht denn bei dir? ach Cornulio auch korny du kriegst auch viele Tage lang kein Essen und kein Trinken hast du gehen darfst du auch nicht was? hör auf mich anzumauzen geh weiter schlafen und mach was anderes jetzt muss ich auch noch ein Update ziehen wollt ihr mich fitten oder was? ja aber hart ich bin die 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 auch ich hab mich gerade selbst weggespringt sie wird nicht doch nichts da kann ich jetzt noch wo es ja nicht so es kommt ich habe ich habe ich habe da kommt auch da läuft noch irgendwas rum da ist ein Gott das ist das das und über den Tag zu das ist ja so das kann Julio wieder gegangen war der nicht gerade eben hier? kommst du mit runter? ich dachte ich hätte ihn gehört das war ich na dann sag man hörst du dich denn männlich ja ich bin nur nicht als du hörst ja von wegen ähm ich bin männlich, ich hab nicht nein das qualifizierte ihr zu machen so Unmännlichkeit ich bin das ist das 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 das so das us and so und und so Ich glaube, ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen halten vor. Wo ist denn jetzt die Karte? So. Hier, hinter dir. Die Karte hat nicht gespielt. So nicht jetzt mal eben alle heilen mir. Nein, ich wollte gar nicht so weit fliegen. Ich bin die Blues oder? Na, Trios. Wie geht es denn noch? Also, das ist ein random. Peinlich. Ja, ich bin die auch. Pass, wie abgestiegen ist. Ich bin die Karte. 116 116 116 126 126 137 147 148 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 149 149 148 148 159 159 159 159 159 159 159 159 159 149 159 159 159 1620 159 159 159 159 161 1550 159 das sind verloren kann sein, dass der mit dem Dings hier mit dem Jumphead da gejumpt ist unser Kopfgeld ist direkt hier bei uns hat das jetzt Wibler ist das jetzt dein fucking Ernst was denn was das ist was spielst du gerade, Justin? Klassian, kannst du dich so lange immuten, weil das ist ein bisschen störend wenn ich deinen den Games on the Earth links von uns Schüsse was ist das mit dein Team? stop Fernhalten oder Rander? ja lass die erstmal falten und die mischen uns dann mit dazu die kommen auch angeflogen ich hab mich hier oben auf dem Berg in der Hoffnung dass man mich nicht sieht die sind da oben ja ich seh sie schon lasst hin die sind bist du im Sturm? ja ok ähm der Maid ist abgehauen ne? was geht was geht der Maid ist abgehauen welcher Maid? der Random bei dem nein nein der ist doch noch da hier direkt vor mir ist das ist wir sind jetzt sowieso durch absoluten Scheißrunde bei der Branden abgehauen ist wo weiß ich nicht, absolut dumm der sieht nicht mal den Gegner davor ein wie kann man das tun? die Stadion die Stadion die Stadion hat ein die Stadion die Stadion Tschüss. Genau. Genau. Oh. Was hat die uns in mir nichts? Das sind meine Sachen. Was auf die Sohn kommt, ne? Mhm. Vor euch sind auch noch vier, so zwei oder ein ganzes Gegner. So, warum kann ich die Ansicht nicht fixen, sonst würde ich jetzt hier zuschauen. Ja, das macht wahrscheinlich noch. Aber, zack, der Mail-Random ist noch und das war's. Da gibt's ja auch viele, wenn ich steck. Ja, wir sind gerade absolut im Bedrängnis. Shit, ich hab nichts zu mir. Nichts, der Wiesner Bus. Weg von meiner Nase. Und sie sind tot. Ne. Schau dich nicht. Scheiße. Ich brauch was zum Healen. Was ist das denn? Wo, ey? Was. Du. Du hast überhaupt noch lebt. Naja. Kannst du dich auch noch lebt? Äh, weiß ich nicht. Naja. Ja, ey, drücker. Ey, ich hab aber noch alles gegeben, ja? Ne, alles gut, wir sind dann viel drücker geworden. Ist doch was. Oh Gott. Voll. Man kann nicht, man kann nicht mal da mal einfach... Oh, das ist auch gut. Ich, ich hab die Switch eigentlich nur noch für, soll ich sagen... Mario Kart. ...games oder so. Die. ...aber wir kontrollieren oder wir vergessen. Die. Der einzige Grund beimischen in der Switch vorhin würde irgendwann mal... ...fach Minecraft. ...Mariokart. ...Maincraft. Keiner würde sich in der Switch wegen Minecraft. Jeder wegen Mario... ...und... ...KÖSCHMIT? und sich schon mal in Mario Kart Mario Odyssey Mario Kart Spielst du auch Mario Kart 9? Wir haben hier auf jeden Fall einen Gegner drin Egal Einer noch Das war der Fahndam Ja Die wollte einsteigen und das Game katapultiert in die Luft Geil Tönnen redet ihn an Die gibt es sogar noch nicht mehr als Sehte Wie willst du denn jetzt finden? Ich wollte eigentlich den Sollte stehen Hey Michaela hat eben auch schon angefahren Keine Sorge Ist das hier Mobbing? Nein Diskriminierung Ach hier ist gar keine drin Die können aber Worteil vertragen Falls jemand irgendwas hat Ja nicht da oben Da oben, das wollen die nicht Das ist nur auf der Karte Der Bot ist auch noch da Und das Auto hat sich selbstständig gemacht Ist mir das Klappling an der Klapplinge? Ja Ich kann mir nicht hoch Egal Egal Sind die Gegner, Fürsten? Ja Ne, ich schieße nur die Box ab Ach so, oh bei der unten ist hier Also ich lasse eigentlich liegen Ist sicher, ist sicher Damit ich eigentlich spiele Oder dann nicht Geh weg Wenn ich mit der Begleitung spiele, muss ich rein Das ist doch schon etwas länger her, wo wir zusammen gespielt hatten Und jetzt mal rein Oh Schuss 110 Mann, das scheiß Ding Ja Ich bin auf den Berg wieder nicht drauf Was auch der kommt, über St owned Was unter Ich kann gleich Faith Ich kann jetzt auch ... Ey das sind Konenträger gewesen! Dann wieder eine Kohne ne?! Hier ist Das Elekante Moni Mar城 Das ist so gut. Ach Gott. Ich komme jetzt zur Insel. So. Dann oben. Power Slide. I believe I can fly. Also hier. Bisschen anspritzen. Und dann aber auf dem Berg landen, ne? Auf dem Berg. Auf dem Dach da oben. Und da ist ein Ding. Die ballern da. Ja, die ballern schon auf uns. Ja. Boah. Was ne kleine Fotze. Das denn nicht kommt zu dir. Die kommen, die kommen, die kommen. Hier, hier. Was? Habt ihr den Geschützturm nicht mitgenommen? Ich hab denn den mitgenommen. Sag doch, hier ist einer. Du findest ihn direkt nicht gesagt. Die will ich auch machen. Ja, besonders weil wir die Letzten sind. Ja, die spielen die sie haben. Dann fimm ich mal den ein. Nimm mal den Geschützturm mit. Nimm mal den Geschützturm mit. Die Party. Der Geschützturm bildet schon. Wieso, wieso. Nein, was? Von einem Alien. Ja, aber den Mail hab ich noch geholt. Aber der hat wirklich alle drei Medaillen. Wie hat er die denn geholt? Oh, das ist so eklig. Ja, komm, ehrlich. Auf unten steht auch noch einer, ne? Ja, Alien. Die haben die Medaille gekriegt. Sehr schön. Der ist so hässlich. Dem geht's wohl nicht gut. Der ist grün. Schade. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich. Die waren nur zu dritt. Irgendwann. Der ist so hässlich. Der hat eine in称pann. Gewillt, der, der. I could set you free 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 Show you what this rock could really be Here with me I could set you free Off the pain of misery And let you be Here with me I could set you free Show you what this rock could really be Here with me I could set you free Off the pain of misery And let you be Here with me I could set you free 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 And show you what this rock could really be Here with me I could set you free Off the pain of misery And let you be Here with me I could set you free 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 You You